Geek Talk, der europäische Tech-Podcast. Einen wunderschönen guten Morgen und herzlich willkommen diesen Mittwoch, dem 8. März 2023. Du hörst die Geek Talk Daily 1328. Heute mit den folgenden Themen. Outlook, Sonos, EM Client, Apple, iPhone 14, Google und Caspar. Und ich starte gleich mit Microsoft. Die haben nämlich, ziemlich überraschend, eine neue Software. Neu ist sie nicht, aber eine Software neu im App Store für den Mac angeboten. Und zwar ist das Outlook. Diese Software ist nicht mehr an einen Microsoft 365 Abonnent oder eine Office-Lizenz gebunden. Nein, du kannst die Software jetzt kostenlos runterladen und benutzen im vollumfänglichen Funktionsumfang. Zumindest so weit, wie es vollumfänglich sein kann bei Outlook. Ob es noch mit Werbung drin ist, das weiss ich jetzt nicht. Aber das wird mir sicherlich der Mike dann in der Geek Talk News Episode erklären können diese Woche. Weiter geht's mit Sonos. Und die haben neue Lautsprecher vorgestellt. Wer mich ein wenig kennt, weiss, ich bin kein grosser Fan dieser Marke. Oder was heisst das? Nicht mehr, weil ich war mal ein Riesenfan und auch ein Riesenkunde. Das hat sich dann ziemlich radikal mal geändert vor einem Weilchen. Wer dazu mehr wissen möchte, kann mal im Geek Talk, im Mutterformat ein bisschen stöbern. Da findest du die eine oder andere Episode. Die haben jetzt aber ein tolles Produkt vorgestellt. Die beiden neuen Lautsprecher. Die bekommen nämlich per Ende dieses Monats ein Update, mit dem sie auch Spatial Audio, das von Apple, unterstützen. Und dann wird's interessant. Weiter geht's mit dem EM-Client. Das ist ein E-Mail-Client, den es eigentlich für Mac und für Windows gibt. Und jetzt neu oder besser gesagt in überarbeiteter Version dann auch für das Android-Smartphone oder ein iPhone genutzt werden kann. Die Apps sind aktuell testweise unterwegs. Man kann es sich über Testflight oder über den Google Play Store direkt runterladen und ausprobieren. Ich werde es mir auf jeden Fall anschauen, weil ich weiss, wir haben ein paar Hörer hier, die die App sehr gut und gerne nutzen. Und da wurde ich nämlich schon darauf aufmerksam gemacht, dass es in der Android-Version eine neue Möglichkeit gibt, dass wenn man zum Beispiel am Desktop so 4, 5, 6 oder noch mehr E-Mail-Adressen drauf hat, das Ganze einfach mit einem QR-Code auf das Smartphone übertragen kann oder das Tablet. Und das klingt dann schon sehr spannend. War ja einer der Gründe, weshalb ich damals auf Fast-Mail gewechselt habe, weil ich es einfach satt hatte, jedes Mal meine 30 E-Mail-Adressen im neuen Smartphone oder auf einem neuen Smartphone, auf einem neuen Computer oder einem neuen Tablet einzurichten. Und das klingt sehr, sehr einfach. Apple hat vorgestellt, ein neues iPhone. Nein, nicht komplett neu, weil ihr wisst ja, September ist die Zeit für neue iPhones. Apple hat gezeigt, nämlich ein neues Farbenmodell oder eine neue Modellfarbe. Neu kommt das iPhone in einer gelbenen Farbe daher. Wer das haben möchte, muss sich aber für die Nicht-Pro-Linie entscheiden. Das heisst, es gibt nur das iPhone 14 und das iPhone 14 Plus in dieser schicken gelben Farbe. Wer also zuschlagen mag, ab sofort zu normalen Preisen, wie man sie halt kennt, erhältlich, überall, wo es iPhones gibt. Notruf SOS. Eine Funktion, die das iPhone 14 unterstützt oder die iPhone 14 Modell-Serie. Und die haben im letzten Ende Jahr, kam ja noch Deutschland dazu und ein paar andere Länder. Und jetzt hat Apple bekannt gegeben, es kommen noch weitere Smartphones, äh, Smartphones weitere Länder mit dazu. Unter anderem ist das Belgien, Italien, Luxemburg, die Niederlande, Portugal. Und es wird sich freuen, unsere österreichischen Zuhörenden, ja, auch Österreich ist mit dabei. Keine Schweiz, aber Österreich. Dann gibt es Neuigkeiten von Google Workspace. Die, ich hätte fast gesagt, Jobs-Plattform, die Arbeitsplattform von Google für Zusammenarbeit oder auch generell einfach Arbeiten in diesem Internet. Die wird ab dem 11. April teurer. Wie viel teurer und was genau hat sie noch nicht oder haben sie noch nicht genau kommuniziert? Ab dem 14. März können die, ähm, Neukunden schon auf den flexiblen Plan wechseln und oder ihn nutzen. Aktuell bezahlt man ab 5,20 Euro aufwärts, je nach Account und Business oder Nicht-Business oder wie auch immer. Wir dürfen gespannt sein, wie stark das nach oben geht. Respektiv doch, jetzt habe ich die Zahlen doch auch noch mit eingespielt bekommen. Manchmal geht alles ein bisschen schneller. Es geht rund im Dollar gerechnet von 6 auf 7,20 beim Business-Starterplan oder beim Standardplan von 12 auf 14,40. Also es geht marginal nach oben, aber es geht nach oben. Dann dürft ihr euch freuen, etwas mehr zu bezahlen für eine gute Software, wenn ihr sie dann nutzt. Und zu guter Letzt habe ich noch Neuigkeiten aus dem Fintech-Sektor. Die Schweizer App, die St. Galler App, Kaspar und die hat jetzt nach knapp einem Jahr bestehen auch Apple Pay endlich mit reinbekommen. Auch Garmin Pay ist da mit drin und schon länger ja Google Pay und Samsung Pay. Somit macht sich das Ganze rund. Ich freue mich auf jeden Fall, weil ich kann jetzt die Karte bei mir aus dem Apple Leather Wallet nehmen und sie nur noch in digital gebrauchen. Da freue ich mich drauf. Das war es mit den heutigen Neuigkeiten. Ich hoffe, ihr habt es ein oder andere mitnehmen können. Bis bald. Euer Pogipsi. Tschüss. Hört mehr Geek Talk.